Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind Raketen dran und zwar von China Red aus Niederlande. Wir haben hier die Raketta 3 Maximum Filled Rockets mit 40 Gramm. Jede Rakete hat 39,5 Gramm. Drei verschiedene Varianten. Ich kenne sie persönlich noch nicht. Bezahlt habe ich 10 Euro für drei Raketen und dann sehen wir uns gleich draußen zur Zündung der Raketta. Bis gleich. Wir haben hier die Raketta 1 und damit starten wir. Wie gesagt 40 Gramm. Nicht schlecht. So, machen wir weiter mit der 2. Halleluja. Richtig fettig werden. So und die 3. Oh, schön ist es da. Mal. Mal. Untertitelung. BR 2018